Oh, Chef, komm, jetzt gibt's den Ärger. Hier noch ein bisschen. Wir können's nicht. Wir können's nicht. Ich bin so froh, dass wir die Lenkachse genommen haben. Schöne Aufsicht. Boah, ist das wackelig. Moinsen, Mittwoch, oh Gott, 28. August. Hey, Ruhe. Herzlich willkommen im ersten Vlog im September. Also es ist ja noch August, aber ihr seht das am 1. September. Krass, Leute, die Zeit rennt. So, gucken, wie ich die wegkomme. Die Kollegen sind schon in Gang. Die Karoffelruhnen der LKW müsste jetzt gleich voll sein. Jetzt fahr ich mit dem Akkulanderzug hin. Ich hatte noch im Büro zu tun. Ich bin nicht mal fertig geworden, aber egal. Immerhin habe ich ein bisschen was geschaffen können. Die Hallenmauern von hier sind hier in Gang. Diese Seite ist schon zu. Die war gestern Abend schon zu. Jetzt sind sie bei der anderen Seite bei. Und hier machen sie die Dachrenne. Also läuft. Die Mauern sind auch ziemlich weit. Aber das seht ihr alles noch in diesem Video. Jetzt fahren wir erstmal zum Feld. Da fällt mir gerade noch ein. Und unsere Rabattaktion läuft ja noch. Bis einschließlich 8. Also bis zum 9. 9. 24. Haben wir für euch am Start 20% auf Klamotten. Also allgemein Merch. Da sind auch Tassen bei. Wenn ihr Bock drauf habt. In der Videobeschreibung ist der Link. Ich hoffe, ich habe den nicht vergessen. Da müsst ihr nicht mal den Code eingeben. Müsst ihr nur raufklicken. Und dann beim Checkout habt ihr den Rabattcode, der da lautet. Herbst 24. Ganz automatisch mit drin. Also wenn ihr noch irgendwelche Klamotten braucht. Weil dann wird ja demnächst ein bisschen frischer. Da kann man auch mal ein Uli brauchen oder so. Raufklicken. Würde uns freuen. Jetzt aber abzufällen. So, und warum ihr davon jetzt nichts gesehen habt am Anfang des Videos ist, weil ich hier ins Kamera noch habe, habe ich vergessen ihm zurückzugeben. Scheiße, die schmeißen wir jetzt mal eben hier auf den LKW. Und damit er sich auch nicht mehr so nackig fühlt. Da setzt er sich bestimmt rauf, ne? Junge. So. So schön. Mal gucken. Das dürfte eigentlich quasi voll sein. Ja, in der Mitte noch ein bisschen und dann reicht er schon. Das sieht, das sieht, ups, das sieht immer so leer aus, ne? Das liegt aber daran, dass das halt ein Riesen-Kamel von Auflieger ist. Jo. Aber gewichtsmäßig reicht das gleich. Traumhaft. So schön. Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Aber wie geht's? Ab nach Wiestenlauf. Sven parkt jetzt einen da hinten. Könnt ihr jetzt noch nicht sehen. Ist doch noch im Spiegel zu sehen. Mal gucken, wie das heute wird. So, jetzt kommt es einen da hinten. Und jetzt kommt es ein bisschen weiter. So, jetzt kommt es hier. So, jetzt kommt es jetzt noch ein bisschen. So, jetzt kommt es hier. So, jetzt kommt es wieder ein, so, jetzt kommt es hier. Das war der erste Streich. Nein, die ersten beiden. Und jetzt noch einen zur Speise. 10.10 Uhr. Das passt zum Bedarf. 10.10 Uhr. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Man könnte meinen, ich fahre auf dem Radweg, tue ich aber nicht. Ich fahre auf dem Radweg, ich fahre auf dem Radweg. Lass uns erstmal so stehen. Jetzt fängt es auch an zu stauben, es ist aber bald wieder schwarz. Gegen den Staub in der Kiele haben wir zumindest was entgegenzusetzen. Heute soll das nochmal wieder bös warm werden, ich glaube an die 30 Grad oder so. Heute 28, morgen 30 war das so und Freitag dann wieder 20. 20 ist okay, 30 brauche ich nicht. Das war's. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Scheiße. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ja, scheiße. Ja, scheiße. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Also beim nächsten Mal. Was auch immer wenn ich das nicht tut. Warte mal. Alles wieder neu erfinden. Nee, Dreck. Drecksküste. So, dann... Oh, das wird aber schwierig, ne? Ja, das ist ein bisschen ohne. Viel, hilf, viel. Na ja, geht nicht viel rein gerade. Ich nehm den raus, das wird zu eng. Eben vor der Tür, da haben wir Platz zum Rühren. Ja, der muss dann da ran. Aber nur erstmal, dass... Scheiße, krieg ich noch nicht rübergedrückt. So, dass wir erstmal da hin und her jubeln können. Was denn? Nee, ich fahr hier in vor der Tür und dann stellen wir den Verlesetisch. Und dann stellen wir den Rest hin. Das LC-Band und dann diesen. Da brach mir noch einen Storch, ne? Ich schütte ihn mal ein kleines Stück zurück. Na, passt, ne? Scheiße. Oh, nee. Ja. Das ist immer noch, ne? Ja. Was ist das? Oh, ja. Wir bauen eine Achsen runter, da haben wir ja einen halben Ruder. Also, die Verleseinheit ist schon mal fertig. Tief. Nee, ja. Also, da muss immer auf beiden Seiten jemand sein. Sonst haut das nicht hin. Ja, ja. So, jetzt müssen wir eben hier die Entfernung mal eben spekulieren. Erstmal gerade. Ist das gerade? Ja, dann komme ich da oben gegen. Dann muss ich anders... Nee, warte. Ich fahr anders ran. Und da ist es schon mal. Ja, ich fahr. So, jetzt müssen wir hier das mal an. Ja, ich fahr. Ich fahr. Ich fahr. mal eben runter lassen und dann können wir den doch noch dahin, kann ich ihn ja noch überdrücken. Nur mal gucken, wie weit wir müssen. Sven hat ja noch drei Lampen dazu bestellt für die Halle hinten. Jetzt will ich die mal ausprobieren, ob die flackern her vom Licht her. Mal schauen, ob das mit dem Handy funktioniert und mit der Kamera, dass man die auch nutzen kann vernünftig. Jetzt nur zum ausprobieren, es ist nichts Festes später. Da machen wir das natürlich noch vernünftig. Du komm und trinke Bier. Ja, ich komme. Eben testen. Ja, du machst Strom, ey. Ja. Halten. Genau in meine Richtung. Jetzt haben wir die Kamera verblitzt. Ja, krass. So, ich kann das von hier nicht beurteilen, ob die heller sind. Aber guck mal eben, ob das schwarze Streifen macht. Hier nicht. Ja, guck mal. Ne. Ja, dann haben wir die richtigen gewischt. Ja. Geil. So, und Handy habe ich es gar nicht da. Ja, egal. Die bin ich jetzt angebaut. Ja, super. Ja, tipptopp. Hast du deinen Job gefunden, kannst du bleiben. Ja, Lampenhalter. Du Schlampe. Donnerstag, 29. August. Heute wird es richtig unangenehm. 30 Grad. Das wird beim Roten richtig spaßig. Ja, Owen. Vielen Dank. Kupfer Jens ist mit dem Lkw los, Raluca und Marien, wir sind mit dem Autowagen hin und ich mache eine knappe Stunde Büro und dann fahre ich mit dem Zug hin, so dann machen wir erst die beiden Züge Wietzendorf, das sind die beiden letzten für diese Woche, ja heute ist Donnerstag habe ich ja gerade gesagt, zwei Züge Wietzendorf, dann machen wir auf dem anderen Schlag da in einer Ecke das Stärkeprofi auf die anderen Kipper und dann machen wir mit dem Kisten weiter, das ist der Plan und schwitzen ist heute angesagt jeden Morgen erstmal eine kleine Abpasskontrolle machen, dass man alles dran ist, was dran gehört und auch alles zu ist, nicht dass da noch mal einer beigewiesen ist nächstes Jahr, SP müssen wir jetzt hier im nächsten Monat waschen könnte ich mal wieder, aber geht ja im Moment noch nicht, aber der Weg ist ja schon ziemlich gut gepflastert, ausgeschlemmt werden muss noch und sowas, also mal gucken, wie lange das noch dauert, bis wir da mal wieder richtig rauf können und die Aufwand nutzen können ja, da habe ich mich wo mal festgefahren jetzt heute, naja, Haken habe ich schon mal reingebaut, Jürgen kommt gleich, denke ich mal, hoffe ich doch, dass man mich da wieder rausholt, der Boden wird einfach runter, schmullerig, wird zu trocken, da habe ich dann auch keine Chance mehr und irgendwie scheint das mit dem Hykodreif auch noch nicht zu funktionieren, irgendwie dreht er vorne nicht mit weiß ich auch nicht, da müssen wir noch mal gucken, was damit los ist ich hatte das jetzt eben an, Hykodreif bedreht also immer nur hinten, nicht vorne da sieht man immer gar nichts naja, müssen wir mal kontrollieren ja, jetzt stehe ich da mit eingenähten Hals Jürgen, wo bleibst du? ja, da kommt er ja ja, das Büro hat sich ziemlich erledigt, naja, schaffe ich gleich noch ein bisschen Jens, das steckt fest mit dem LKW ja, jetzt eben hier im Gurt rausgewühlt, da wollen wir mal gucken, was da los ist naja, es ist jetzt auch Mullersand, ne? und das ist halt auch kein Gelindefahrzeug mal schauen, wie das da aussieht gerichts auch Matsue tax im mal gas im e Jens ist wohl mit auf dem Ruder. Dann schütteln wir mal den Gurt da ran und dann reißen wir den gleich mal raus hier. Ordentlich krachen muss das. Seile, Ketten und Schäkel, viel davon. Das, das, das. 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 Das war's. Ja, kann losgehen, ne? Ja gut, Mullersand. Ich halt Mullersand. Warten, wenn wir ein bisschen hochgerodet sind und dann kann es losgehen. Aber schön wieder eingehebnet hier mit der Schürze. Pik-feinde Sache ist das so, Mann ey. Noch keine Kartoffeln drauf. Wenn die Reifen runter sind, dann gibt es ein bisschen anderes Profil. Vorne und hinten. Ein bisschen mehr Grip, also keine richtigen Ackerreifen, aber ein bisschen mehr Spaß dürfen sie haben. Jaaah. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ich habe die Karre voll, ab vom Acker und Sven wartet auch schon Ich werde hier hin, muss ich mal kurz ein bisschen Luft pumpen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich fahre einmal im Kreis, da fährt sich so rum, so beschissen daran. Ach, da komme ich nicht durch, scheiße, nervt das, naja, dann setzen wir dahin zurück, aber diesmal gerade. Ich fahre einmal im Kreis. Ich bin nicht froh, wenn der ganze Klamm von der Halle hier weg ist. Ich glaube, hier ist es wieder ordentlich fad. Wo ist das alles eng hier? Die Müllkörbe, die kann ich aber nochmal wegstellen von denen, ne? So, komm, zieh gerade. Läuft. 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 Sehr gut. So, dann können wir jetzt hier mit dem Schermpotest rumspielen. Jens hat das, glaube ich, schon in Gang, ne? Lampen anbauen. Läuft. Läuft. Das ist gar nicht so hoch, guck mal, ich kann das anfassen. Das wird wohl auch das letzte Mal sein, wo du das anfasst in den nächsten 20 Sekunden. Festhalten runterfahren. Nein, kriegst du schon Angst? Alter, ist das hoch, ey. Ja, gut. Vorsichtig wieder runter, das. Nee, wir können ja eine Lampe erst mal anbauen, oder? Schöne Aussicht. Boah, ist das wackelig. Abwärts. Wie heißt nochmal dieser Hund, der Fahrstuhl fährt? Oh, der ist so geil. Kennt ihr den? Wie heißt der? Das ist eine angenehme Höhe. Aha! Soll ich ganz hinfahren? Nein. Soll ich ganz hinfahren? Soll ich ganz hinfahren? Soll ich ganz hinfahren? Ich habe so Schäkel, die gönnen wir auch nicht. Da brauchen wir die Karabiner nicht. Fahr mal erst mal runter. Oh, eine Lappe hängt schon. Hier, diese Schäkel brauchen wir die Karabiner nicht verschwenden. Ich hätte auch noch zwei oder drei sind dann noch. Dann hole ich noch irgendwelche zu. Dann legen wir die Karabiner wieder aufs Lager. Ja. Ja. Das hat Jens schon gut verinnerlicht. Das heißt, dass man Draht nehmen kann. Weiß der Bauer kein Rad? Dann nimmt man Draht. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das machen wir noch eben ein Stück zurück. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.